Psst, ja du, ich brauche wirklich deine Detektivhilfe bei diesen Rätseln. Maria kam in einen Schönheitssalon. Sie hatte zwei Termine, eine Maniküre und einen Haarschnitt. Plötzlich bemerkte sie, dass einer der dort arbeitenden Fachleute gefährlich war. Wer war es? Die Friseurin mit den riesigen, fleckigen Scheren und den Pinseln in den Taschen ihrer Schürze oder die Nageltechnikerin mit der Nagelfeile und den verdächtigen roten Flecken auf ihrer Uniform? Schau dir die Maniküristin genauer an. In ihrer Tasche kannst du ein Messer, ein Seil und ein Klebeband bemerken. Sie ist definitiv gefährlich. Schau dir diese Leute an, die auf ihren Flug am Flughafen warten. Kannst du herausfinden, wer von ihnen ein Hundebesitzer ist? Es ist der Mann links, der auf einer Bank sitzt und ein Buch liest. Warst du aufmerksam genug, um zu bemerken, dass er einen Knochen in seiner Tasche hat? Es muss ein Geschenk für seinen Hund sein. Schau dir diese Typen an. Einer von ihnen ist ein Zombie. Kannst du herausfinden, welcher es ist? Wenn man darüber nachdenkt, versteht man, dass Zombies auf Gehirne und nicht auf Computer aus sind. Außerdem hat der Typ rechts eine merkwürdig geformte Handfläche und er schaut auf den Kopf des anderen Typen viel zu intensiv. Der Gamer sollte aufpassen. Dies mag wie ein schönes Familienporträt aussehen. Aber nicht alle hier abgebildeten Personen sind tatsächlich menschlich. Können sie herausfinden, welches Familienmitglied ein Geist ist? Achte auf die Schatten. Der Mann ist die einzige Person auf diesem Foto, die einen hat. Traurigerweise ist der Rest seiner Secht-Familie nur Geister. Du musst einen Raum wählen, in dem du eine Stunde verbringen musst. Einer der Räume wimmelt von tausenden Ratten. Ein weiterer ist fast vollständig mit Wasser gefüllt. Und der letzte Raum ist ein unendliches Becken mit Quallen. Welchen Raum solltest du nehmen? Der zweite Raum ist die sicherste Option. Wenn du es schaffst, nahe an der Oberfläche zu bleiben, wirst du atmen können, da ein bisschen Platz zwischen der Decke und dem Wasser ist. Sieh dir diese hybriden Tiere an. Du wirst gleich gegen eines von ihnen kämpfen. Überlege es dir gut, bevor du deinen Gegner wählst. Die falsche Wahl könnte dich dein Leben kosten. Entscheiden Sie sich für das Hybrid aus einem Hai und einem Jaguar. Eine solch seltsame Kreatur wird an Land nicht atmen können. Und sie müssen nur ein wenig warten, bis die Jury ihren Sieg verkündet. Du bist gerade in eine neue Stadt gezogen. Diese ist so klein, dass es dort nur zwei Friseursalons gibt. Der Friseur im ersten Salon hat einen makellosen Haarschnitt. Die Haare des Friseurs im zweiten Salon sehen hingegen ziemlich unordentlich aus. Und trotzdem entscheidest du dich für den zweiten Friseur. Warum? Wenn es in der Stadt nur zwei Friseure gibt, bedeutet das, dass der zweite Friseur dem ersten seinen perfekten Haarschnitt verpasst hat. Schauen Sie sich diese Damen aufmerksam an. Alle scheinen schwanger zu sein. Aber was, wenn ich Ihnen sage, dass eine von ihnen gerade eine Wassermelone gestohlen hat? Können Sie herausfinden, wer es ist? Die erste Frau hat einen sichtbaren Bauchnabel. Die zweite hält ihren Bauch im Moment nicht. Also muss es echt sein. Was das dritte Mädchen betrifft, sie hält ihren Bauch fest. Und wir können etwas Grünes durch ihre Kleidung sehen. Sie ist die Wassermelonendiebin. Jetzt wollen wir dein logisches Denken und deine mathematischen Fähigkeiten überprüfen. Du hast drei leere Tassen und zehn Zuckerwürfel. Du musst diese Zuckerwürfel so auf die Tassen verteilen, dass jede Tasse eine ungerade Anzahl an Würfeln enthält. Alles, was Sie tun müssen, ist, drei Würfel Zucker in die erste Tasse und drei Würfel Zucker in die zweite Tasse zu geben. Danach geben Sie die verbleibenden vier Würfel Zucker und die zweite Tasse in die dritte Tasse. Auf diese Weise hat die erste Tasse drei Würfel Zucker, was eine ungerade Zahl ist. Die zweite Tasse hat ebenfalls drei Würfel Zucker. Was die dritte Tasse betrifft, so enthält sie sieben Würfel Zucker, vier eigene und drei aus der zweiten Tasse. Du hast eine Schachtel mit mehrfarbigen Murmeln. Alle bis auf zwei davon sind rot, alle bis auf zwei sind blau und alle bis auf zwei sind grün. Wie viele Murmeln befinden sich in der Schachtel? In der Schachtel befinden sich nur drei Murmeln, blau, grün und rot. Eine junge Dame hat die gleiche Anzahl von Brüdern und Schwestern. Aber jeder ihrer Brüder hat halb so viele Brüder wie Schwestern. Wie viele Schwestern und Brüder gibt es in der Familie? In der Familie gibt es vier Mädchen und drei Jungen. Einmal beschloss ein Mann, mit seinen Freunden auf einen Angelausflug zu gehen. Er bat seine Frau, ihm einige Dinge einzupacken. Eine Angelrute, eine Angelkiste, Kleidung, die für eine Woche ausreichen würde und seine Lieblingspyjamas. Die Frau tat dies. Nachdem der Mann zurückgekehrt war, unterhielt er seine Frau mit lustigen Geschichten darüber, was während des Ausflugs passiert war. Plötzlich fragte er, warum seine Frau seine Pyjamas nicht eingepackt hatte. Die Frau verstand sofort, dass ihr Mann sie anlog. Er war nicht auf einem Angelausflug gewesen. Wie verstand sie das? Die Frau legte den Schlafanzug in die Anglerbox. Und wenn ihr Mann ihn nicht fand, bedeutet das, dass er die Anglerbox nicht geöffnet hat. Was für ein seltsamer Angelausflug das war. Jack nimmt an einer Herausforderung teil. Er hat es bis zur letzten Etappe geschafft, die in einer Wüste stattfindet. Wenn er jetzt Erfolg hat, gewinnt er eine Million Dollar. Jack muss einen Schlüssel aus einem von vier Töpfen holen. Auf dem ersten Topf steht eine Schale, die mit starkem Säure gefüllt ist. Der zweite Topf ist mit einer Schale voller giftiger Spinnen bedeckt. In der Schale auf dem dritten Topf sieht Jack ein tobendes Feuer. Eine Viper ist in der Schale zusammengerollt, die den vierten Topf bedeckt. Jack darf die Schalen nicht auf den Boden fallen lassen oder umdrehen. Welchen Topf sollte er wählen? Der Mann sollte die dritte Schüssel wählen. Er kann das Feuer mit Sand löschen und den Schlüssel holen. Kamila hatte Angst vor Hunden. Eines Tages, während sie im Park joggte, bemerkte sie einen großen Hund, der in der Nähe der Bank saß. Er sah unfreundlich aus. Die Leine, die am Halsband des Hundes befestigt war, war eins Meter lang. Kamila entschied, dass es sicher wäre, vorbeizugehen, wenn mindestens zwei Meter Abstand zwischen ihr und dem Tier wäre. Aber selbst an der Leine schaffte es der Hund, sie zu beißen. Wie konnte das passieren? Die Leine war an nichts gebunden. Kevin, ein Sicherheitsmann in einem Vergnügungspark, fand einen Jungen, der in der Nähe einer Achterbahn stand. Der Junge sagte, sein Name sei Nick. Er wusste nicht, wo sein Vater war. Kevin brachte Nick in sein Büro und machte eine Durchsage. Kurz darauf erschienen zwei Männer an der Tür. Der Erste rief aus, dass er und sein Sohn in einem Café gewesen seien. Aber nach dem Essen seines Burgers fühlte sich der Mann so unwohl, dass er fast 20 Minuten im Badezimmer verbringen musste. Als er herauskam, war sein Sohn nicht mehr da. Der andere Mann unterbrach ihn und sagte, dass er mit seinem Sohn Achterbahn gefahren sei. Dann ließ er den Jungen dort warten und ging, um einige Hotdogs zu holen. Welcher Mann ist Nicks Vater? Nick ist zu jung, um mit dieser Achterbahn zu fahren. Sieh dir das Schild an, auf dem steht, dass nur Personen über 14 Jahre mitfahren dürfen. Das bedeutet, dass der zweite Mann lügt. Der Vater des Jungen ist der Pechvogel mit der Lebensmittelvergiftung. Ein Bankmanager war verschwunden. Das Einzige, was die Polizei Verdächtiges fand, war eine Notiz auf seinem Schreibtisch. Darauf standen vier Zahlen. Eins, zwei, drei, eins. Seine Kollegen, John, James und Otto behaupteten, nichts mit dem Verschwinden zu tun zu haben. Doch die Polizei hatte eine andere Meinung. Wen verdächtigten sie? Wenn du das Wort Eins schreibst, beginnt es mit dem Buchstaben E. Zwei beginnt mit Z und so auch drei. Dann haben wir wieder Eins. Das ist der Buchstabe E. Zusammen haben wir den Namen Ätze. Und schließlich könnte ihnen ein lustiges Rätsel helfen, sich zu entspannen. Warum sollte man der Schwerkraft niemals vertrauen? Weil die Schwerkraft dich immer im Stich lassen wird. Mach's gut! Die Schwerkraft Vielen Dank.